Hallo zusammen, hier ist Abdul und heute haben wir eine kurze deutsche Episode, wie jeder Mittwoch. Ich habe diese Uhr gekauft vor ein paar Monaten, ehrlich gesagt. Wollte regulieren, könnte nicht das Gehäuse zumachen und letztens war ich bei meiner Uhrmacher hier in der Stadt und könnte ich die Uhr zumachen. Und, ja, habe ich gedacht, ja, interessant, ich hatte Bergana davor, habe nie zu einem Video gemacht, so, ja, Bergana als eine Marke sozusagen, weil war nie so interessant, ja, weil Bergana ist nicht so eine bekannte Marke oder bekannte Uhr-Brand, die man für sich interessiert. Aber, die Uhr ist interessant, weil, ja, Bergana sowieso ist für mich interessant, die Uhr, ich glaube, der Firma war gegründet in 1909 in Pforzheim in Deutschland von Wilhelm Beuter und danach den 1945 von den Bombenangriffen in Dresden. Er baute den Sohne von den Firmengründern, der Wilhelm Beutler und Eugen Beutler, der vor dem Zweiten Weltkrieg die Uhrmacherschule in Glashutte besucht hatte, in Rosenfeld das Unternehmen ab. Sorry, der Unternehmen auf. Und das war von 1950 bis 1976. Und nach dem Weltkrieg, dort wird auch große elektrische Uhren mit den Markennamen Berg oder Bergana. Also, wenn du siehst, eine Berg oder Bergana, die sind eine. Warum ist die hier interessant? Gestern habe ich so geschaut und habe ich gesehen, eine ähnliche Uhr, die in der Deutschen Uhr und Museum liegt, weil es hat in der Case Bag hier, was ausgelasert, ein Platz an der Sonne. Und da habe ich gedacht, hä, was ist das? Nach einer kurzen Recherche habe ich gesehen, dass da eine in den 70er und 80er Jahren werden die Uhren von Bergana und Akros und anderer deutscher Uhren als deutscher Fernsehlotterie geschenkt oder verkauft. Mit dem Motto Einplatz an der Sonne. Das Sortiment war, ja, hochwertige Armbanduhren von Schweizer und Pforzheimer Werken, die in den 30ern auch wurden von Uhrfahrer oder Glasrouter gebaut. Die Geschichte hinter einem Platz an der Sonne ist, dass in West-Berlin 1948, nachdem die russische Armee alle Landverbindungen blockiert hatte, musste die Stadt aus der Luft versorgt werden. Doch die Rosinenbomber brachten nicht nur Essen und Bremsstoff in die isolierte Stadt, aber auch auf dem Rückweg, auf dem Rückflug, werden auch Kinder nach Westdeutschland ausgeflogen. Unter dem Motto Einplatz an der Sonne würden dann die Leute, die die Uhren gekauft haben, eine Erholungsfeier auf dem Land ermöglicht und das finanziert durch diese Lotterie. Und ab 1956 unterstützte die ARD, der erste deutsche Kanal, diese Aktion, in die mit der Losziehen in Fernsehen übertragen werden. Und daraus entwickelte sich die deutsche Fernseherlotterie. Und bis heute unterstützt sie die bedürftigen Menschen und verlöste Geldgewinnen an. Ja, ich wollte einfach eine kurze Geschichte zum Ohr, dass ihr nicht nur auf das Gesicht des Ohr guckt, weil in der hinten auch manchmal sehr besondere Sachen steht, die man so Informationen findet. Also normalerweise verkaufe ich die Beganeruhr mit einem Preis, aber ich habe gesehen, alle anderen, die mit den Einplatzern der Sonne verkaufen sich mit teurer Preis. Wenn du dich interessiert für die Uhr, schreib mir in die Kommentare. Wenn du hast mehr Info auf den Ohren, bitte auch schreib mir in die Kommentare, wenn du auch eine ähnliche Uhr hast oder eine Uhr von dieser einplatzenden Sonne. Oder warst du auch von den Kindern, die von der Stadt geflogen sind, bitte schreib mir in die Kommentare, da wird mich super interessieren. Und wie gesagt, wenn ihr habt Fragen, Anmerkungen, Vorschläge, bitte auch in den Kommentaren lassen. Die sind immer willkommen und für mich ist immer, ich versuche mich zu verbessern, versuche die Kanale zu größer, also zu vergrößern. Und das geht nicht ohne eure Hilfe natürlich. Von daher, wenn ihr so Subscribe machen, Glocke aktivieren, liken, das wird super helfen. Vielen Dank, Tschüss.